hallo liebe meerwasserfreunde moin moin und willkommen zurück in hamburg ja wie schaut es denn aus alles in allem kann ich mich im moment ja nicht so wirklich beschweren muss ich sagen die korallen stehen gut mit meinen werten auch mit den spuren elementen kriege ich das alles ganz locker hin also dank mehrer icp tests ich hatte ja neulich schon gesagt dass ich mit monatlichen icp tests die spuren elemente einfach so ein bisschen besser einstellen möchte das macht sich meiner meinung nach langsam tatsächlich bemerkbar ich denke mal ja das wachstum ist ganz gut angeschoben läuft eigentlich ganz okay wasserwerte sind sehr stabil besonders krachen hatte ich in letzter zeit so ein bisschen schwankungen aber dank der director und erfahrungen mit ghl wie man das am besten einstellt das kommt ja so nach und nach läuft das eigentlich gar nicht so schlecht ich hatte ja gesagt ich möchte natürlich so dieses thema automatisierung des aquariums noch ein bisschen weiter fortschreiten und bei mir stand einfach jetzt zur debatte fließfilter ja nein der fließfilter hat ja doch ein bisschen probleme oder zieht probleme nach sich einfach weil er natürlich platz braucht und den platz hat man im technik becken nicht und im technik becken von red sea also das hier ist ja ein red sea 625 xxl sind die filter cups vorgesehen oder da wo eben früher mal so die diese socken filter socken waren bei manchen auch noch sind das nimmt einfach so ein bisschen viel platz weg und ja das bedeutet also man muss auch einen neuen ein neues technik becken bauen und das ist dann schon eine größere operation und wie schon beim letzten mal angedeutet ich hatte mir das ja überlegt welchen fließfilter ich nehme es am ende des tages der von royal exklusiv geworden was dann eben auch nach sich brachte das technik becken darauf abzustimmen also der ist schon ganz schön tief aber die abmessungen der anderen fließfilter die aus meiner sicht zumindest einigermaßen leicht reinigbar und auswechselbar sind sind nicht wesentlich anders ansonsten ist das technik becken eigentlich total einfach gehalten lediglich hier in dem bereich eben die pumpen kammer und hier ins große becken soll dann eben ja der abschäumer rein da soll natürlich dann auch wieder der zeolit filter rein und ein paar kleine pumpen heizungen und nicht zu vergessen die sensoren von ghl ja das wird alles ganz schön eng aber ich glaube dass ich hier einfach auch extreme freiheit habe ich habe tatsächlich überlegt ob ich mir nicht gleich ein dreambox von royal exklusiv kaufe aber die dinger sind also echt extrem teuer zum einen und zum anderen was mir also jetzt an meinen technik becken sowohl der alte zustand als auch der neue gefällt ich bin hier extrem flexibel das heißt ich kann meine heizung austauschen ich kann meine pumpe austauschen ich kann einen filter austauschen und ähnliche dinge die flexibilität nimmt man sich da aber natürlich wäre so eine dreambox toll gewesen aber letztendlich waren es die beiden kriterien die mich von der dreambox abgehalten haben also einmal ganz klar preis sehr sehr teuer und zum anderen eben auch ich nehme die flexibilität für die kommenden jahre ja liebe meerwasserfreunde und das ist dann eben wie eben schon angedeutet der tag der ort der tat heute das wird schon ein ganz schön grauenhaftes thema denke ich mal also zunächst muss natürlich hier alles ausgebaut werden und da hat sich ja doch einiges angesammelt was hier so drin ist wird also eine größere operation ich möchte bei der gelegenheit wenn ich hier unten schon alles umbaue und einmal alles raus nehme natürlich gleich ein paar dinge regeln die mir sonst nicht so gefallen also zum einen werde ich hier die verwohrung anpassen ich möchte hier am notablauf noch einen kleinen zulauf machen dort möchte ich dann letztendlich das osmose wasser reinlaufen lassen und hier dieser dieser membran haben von red see der soll auch verschwinden und wird durch den kugelhahn ersetzt also das wird schon ganz schön horror hier alles rauszunehmen ich hoffe mal dass da alles gut geht und ja das ergebnis zeige ich euch gleich so and finally we made it also es war echt eine hammer operation muss ich sagen wir haben hier also einen freund und auch unter zur hilfenahme meiner frau tatsächlich sieben stunden gebraucht um ja alles umzubauen also altes becken raus mit der gesamten technik neues becken ein bei der gelegenheit außer den abschäumer wie man sieht eigentlich alles mal ein bisschen reinigen ein bisschen säubern das schlimmste war eigentlich hier oben die verhohung zu ändern also ich habe dann auch noch so den notüberlauf geändert ich habe die diesen membran von red see rausgenommen und gegen kugelhahn ersetzt jetzt muss ich hier noch so ein bisschen fein tuning machen ab und zu google der noch so ein bisschen aber alles in allem bin ich da also echt glücklich darüber dass ich das gemacht habe diese berge von filter watte die man da braucht oder wenn man dann eben keine filter cups nimmt kann man socken auszuwaschen das macht echt keinen spaß also hammer arbeit kann ich nur sagen aber ich glaube jetzt habe ich hier auch eine automatisierungsgrad erreicht mit dem man wirklich gut leben kann also ist ja nicht so dass ich dazu faul bin hier permanent filter zu waschen und auszutauschen ist einfach so dass ich ja manchmal einfach keine zeit habe ich bin gespannt wie sich das becken verhält alles andere ist so geblieben also ich habe es ein bisschen umgestellt natürlich hier mein zeolit filter hinten noch eine kleine pumpe wo phosphatabsorber und kohle in gesonderten reaktoren versorgt werden ich nehme mal an dass der abschäumer hier so ein bisschen an arbeitslosigkeit leiden wird in zukunft es gibt also hier von von royal exklusiv zwei unterschiedliche filter materialien ich habe erst mal das grobe genommen damit auch noch ein bisschen was durchkommt und ja meine biologie im das becken nicht stirbt aber man kann schon jetzt sehen der abschäumer wird arbeitslos oder vielleicht tausche ich ihn dann irgendwann mal gegen einen kleineren aus aber da muss man tatsächlich glaube ich erst mal so ein bisschen erfahrung mit dem filter sammeln so und dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein hier ganz am schluss noch mal ein kleiner schwenk durch das becken steht alles ganz gut genießt die bilder bevor ihr abschaltet ich sag mal bis zum nächsten mal tschüss tschüss aus hamburg so und dann soll ich